Nein, hier ist noch etwas falsch. Dieser ist leer, glaube ich. Ja, es gab wirklich eine Tür. Oder irgendwas, irgendeinen Raum. Das brauche ich nicht, ne? Also es gibt irgendeinen Raum. Keine Ahnung mehr, wo. Also die Megaorientierung jetzt, meinerseits. Wir gehen mal... Ach, hä? Da sind... keine Ahnung, Leute. Hier haben wir aufgehört, ne? Boah, Leute, ich... Genau. Ich habe jetzt keine Zeit, Kind. Es gab eine Tür. Okay, das ist der Anfang. Oder? Nee, das war nicht mal der... Aber das war halt die Tür, ne, Leute. Ach, egal. Ich habe mich in die richtige Richtung verlaufen. Mal. angepasst, aber... ... aber ich wollte ihn schliessen. Ist sicher... Am Ende vergesse ich das Ding, ne? So, ähm... Was ist hier? Gar nichts. Ich hoffe, wir sterben hier nicht. Wo die Tür war verschlossen. Geht ihr bereit, Mr. Man? Die weint ja. Zum Geburtstag. Naja, vielleicht, äh, ja. Also ihr wisst bestimmt warum. Ich nicht. Äh, was? Was? Das... Was sieht innen so komisch aus? Soll ich das anmachen? Ich auch. Hier ist Schluss. Ist da noch was? Ähm. Boah, dass die uns immer in so'n... In so scheiß Höhlen da... Reinschicken, ne? Also das Spiel jetzt. Die spielen ja ganz allein. Wie viel Lampenöl hast du schon? Ich darf das, glaub ich, wieder benutzen? Ne, darf ich nicht. Warum muss denn jemand flüstern in meinem Kopf? Das ist so nervig. Das ist ja nicht echt, oder? Aber doch. Ich hör' die schlafen und wir gripen denen nie. Was ist denn mehr zum... Ach, da. Ja, ja, ja. Okay. Die geht auf. Mann, warum nur? Entschuldige. Die geht leider auf. Hier kann nichts sein, ne? Das ist wieder so ein Raum. Schöner Eiersessel. Heißt das so, ne? So, ihr könnt das lesen. Nächste Seite. Genau, ich hab' da nur Pinsel gelesen, mehr nicht. Äh. Oh, das stört mich, wenn ich nur Öl sag. Bin halt dabei, mich mega zu konzentrieren. Ach, das war so ein Teil, oder? War das eins von denen? Das ist halt leer. Müssten wahrscheinlich wieder... Geht's hier lang? Ja, da geht's... Nee. War ganz schlau. In der Seite schon. Das geht nicht auf. Warum bauen die sowas? Das ist so ekelhaft. Das ist doch voll primitiv, Mann. Lass die uns auch zwingen. Aber hier kann der eigene... Oh nein. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Kann man hier Licht? Anmachen. Kann man hier... Anmachen. Hier ist doch nix. Ey, der Raum von eben. Das ist wieder so ne Verarsch, Alter. Das ist safe. Ja, ja. Aber hier könnt ihr lesen. Das heißt. Weil wir hatten da nochmal so'n Raum. Und im Ende war da nix. Ja, ihr seht's. Das war grad eben der richtige Weg. Das... Mit so'ne alberne... Nein. Ja. Hier benutzen wir's mal. Gibt ja auch gut. Dann können wir... Mann, das ist... ...da was. Unter the sign of the Seven on the third rise of the second calling, I, Karangi, make this record. The harvesters have adapted to the refinements to the hunting ground. Over the last ten rises, I mark a full yield of 17 cells, which is an improvement of four cells over the previous cycle. Mareiku suggests that the new Transfiguration batch may be a contributor. I advise a cycle with prior harvester stock to eliminate uncertainty. So recorded, in her name eternal. Okay. Weg mit dem Sessel. Sind noch nicht ganz gut. Weiß die... Die Sonne scheint grad mega rein, Leute. Ich spiel' das am hellesten Tag. Ne, weil... ...weil ich sonst zu sehr Angst hab. Ne, Quatsch. Es hat sich ja... Es hat sich ja leider so ergeben. Es ist grad mega hell. Boah, komm, das muss ich benutzen. Die Sonne, die will mir grad helfen, ey. Wir gehen da... Wir gehen da... Boah, ich hab mich schon erschreckt. Wir gehen hier einfach mal hin. So, es ist... ...mega hell draußen. Ich hab überhaupt keine Angst. Joah, joah. Ey, was bist'n du? Oder wer bist du? Soll ich das auch mal anmachen? Soll ich das auch mal anmachen? Mann. Boah, die sind... Na egal. Ich sag' mal nichts gegen die Statuen, aber... Nein. Nein. Das ist... Das ist ein Gefängnis... ...für'n Vieh. Okay, was willst du mir damit sagen? Muss da nochmal durch? Ich kann hier... ...genau... Oh mein Gott. Guck, dass wir nicht sofort vor Angst weggerannt sind. Wir können das... ...komm schon... ...wecken hier. Genau, wir können da jetzt durch. Easy wollte ich sein. Sehr schön. Nein, nein. Keine Angst. Wir machen ja hier Licht. Hunger. Was ist das? Äh, Baby, du wartest kurz. Ich fühl mich mega safe. Oh, ja. Ich fühl mich mega safe, wenn ich da die Tür abschliessen kann. Das gibt einem so'n Gefühl. Oh Gott, was ist das? Ist das so'n Spiel? Ist das ein... ...mini-Kernkraftwerk? Kann man hier die Batterie aufladen? Also wenn ich schon... ...eben gemeint habe, Mini-Kernkraftwerk? Okay. Ist aber... ...ich habe gar keine Leere. Auf jeden Fall der Schwachsinn. Ähm... Soll ich da drauf? Geht gar nicht. Äh... Okay. Also hier gibt's nichts, Leute. Oh Mann. Wir folgen mal den Pfeilen. Oh Mann. Keine Angst. Die kommen an. So, so, so. Nicht so laut. Wir benutzen immer nur ein Ding, ne? Dann look mal sofort. So nen Stack. Weiß ich, ob das gut ist, so. Das benutzen wir mal. Geil, geil. Das war ein großes. Das ist... Ist nix. Ähm... Ne, da... Oh, ich hab die... ...Lampe jetzt verschwindet. Ey, da wollen die, dass ich durchgehe. Das ist n... So, jetzt sehe ich mich selbst im Bildschirm. Hier vielleicht auch. Erschreckt euch nicht, ne? Äh... Okay, wir können das drehen. Nö, nichts. Nichts besonderes bei. Jetzt durch. Äh... Ey, wir haben gar nicht genug Licht dafür. Ey, wir haben gar nicht genug Licht dafür. Wo haben wir? Oh, scheiße. Okay, okay. Was ist denn das jetzt? Das können wir benutzen. Das soll weg, ne? Von hier. Dazwischen ist. Genau hier war zwar nichts. Die Frage ist nun... Ob das... Genau da ist noch ne Platte. Vielleicht soll die auf die Platte da... Ich arbeite mal im Voraus. Geht das? Kannst du das? Ach... Komm schon. Okay, das ist gar nicht möglich. Da geht's lang. Ey, da ist ne Platte mit ner Falle. Ey, da ist ne Platte mit ner Falle. Da ist ne Platte mit ner Falle. Ach, scheiße. Die kriegt ja Angst. Ach, scheiße. Die kriegt ja Angst. Da ist ne Platte mit ner Falle. Okay, ein Moment. Wir... Da sind Fallen. Da ist ne Gegner, ne? Hier nicht hingucken. Die können wir eh nicht... Irgendwo hinschieben. Doch... Die sind Platten. Steh mal auf. Wenn wir wissen können. Ja, Leute. Ich blick hier nicht durch. Also da kann ich gar nicht. Oh man. Ja, Mimi. Kind. Da ist aber ein hungriges Monster. Okay, reden willst du nicht. Ist auch nicht der Zeitpunkt jetzt. Oh, das ist doch nur so ein Humanoid. Das ist ein Mensch. Töte den. Töte den. Der ist so schwach. Boah. Komm. Ey. Töte den. Töte den. Wer kennt uns? Oh mein Gott. So werden wir auch. Wenn wir durchdrehen. Hä? Das war ja ein Mensch. Das war eine von uns. Was hat mich gewusst. Das wusste mich. Nichts mehr, oder? Ich bin halt voll blöd. Oh Leute, check das Rätsel nicht. Muss ich hier irgendwas...